Dieser Tage kamen da und dort die Frage auf, ob Corona womöglich eine Strafe Gottes ist. Ich denke ja eher nicht. Da gäbe es vieles, was er schon hätte bestrafen müssen, wenn man so in die Weltgeschichte schaut. Wahrscheinlich ist diese Frage eher so der Wunsch nach einfachen Antworten. Aber trotzdem kann Corona und das, was wir alle miteinander im Moment so durchzustehen haben, durchaus aufrütteln. Wir merken, etwas ist nicht in Ordnung. Das ist spürbar, das ist deutlich wahrnehmbar für jeden. Und es stimmt ja auch, etwas ist nicht in Ordnung mit der Welt, mit den Menschen, auch mit mir vielleicht. Da kommt jetzt nicht unbedingt jedem, aber doch bei vielen Menschen irgendwann auch einmal Gott in den Blick. Und die Frage eben, was hat Gott mit all dem zu tun? Die einen fragen vielleicht so, warum lässt Gott das überhaupt zu? Und da muss man sagen, ja, weil wir alle zu einer Schöpfung gehören, die nicht mehr so läuft, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Andere fragen vielleicht, ja, was müsste ich denn tun oder was muss ich tun, um Gott wieder gnädig zu stimmen? Muss ich mich da irgendwie jetzt anstrengen? Und auch darauf gibt es etwas zu antworten. Nein, du musst nichts tun, um Gott gnädig zu stimmen. Denn, und das ist das Tolle, die tolle Botschaft, die ich verkündigen darf, Gott selbst hat etwas getan. Karfreitag, dieser Feiertag, den wir heute feiern, das war ein heilsgeschichtliches Schlüsselereignis. Ein Ereignis von nicht nur weltgeschichtlicher Dimension, sondern von heilsgeschichtlicher Dimension. Das hat diese und die jenseitige Welt umfasst. Und an Karfreitag hat sich alles gedreht, was vorher bekannt war. Das Thema für die heutige Predigt lautet Versöhnt. Versöhnung ist ja dann nötig, wenn Streit war, wenn Entzweihung geschehen ist, wenn zwei Menschen nicht mehr miteinander klarkamen oder eine ganze Gruppe. Dafür gibt es Auslöser, eine Ursache für diesen Streit und das muss angegangen werden. Da muss etwas beseitigt werden und wieder gut gemacht werden. Und meistens läuft es ja dann so, dass der Verursacher um Entschuldigung bittet. Also darum, dass die Schuld irgendwie von dem Geschädigten ihm abgenommen wird. Dass der andere sagt, ja, ich vergebe dir. Und dann vielleicht auch solche Worte sagt wie, lass uns wieder versöhnen. Ich versöhne mich mit dir. So läuft das normalerweise. Und Versöhnung ist etwas sehr, sehr Schönes, etwas durchaus Emotionales. Jürgen Wert und Johannes Nitsch haben das mal in einem Lied so schön ausgedrückt, sehr poetisch finde ich. Versöhnung, das ist wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offenes Tor in einer Mauer für die Sonne aufgemacht. Das ist wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein Ich-mag-dich-trotzdem-Kuss. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Versöhnung, das ist ein Stichwort, das aus einem kleinen Bibelabschnitt kommt, den ich heute mit euch betrachten möchte. Das steht im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, in den Versen 19 bis 20. Zweite Korinther 5, 19 bis 21, Entschuldigung. Ich lese das nach der Neuen Genfer Übersetzung. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ich möchte an diesem kleinen Text drei Punkte herausstellen. Erstens, Versöhnung ist nötig. Zweitens, Versöhnung kommt von Gott. Und dann noch ein dritter Gedanke, Versöhnung ist und bleibt ein Angebot Gottes. Zunächst einmal, Versöhnung ist nötig. Versöhnung, so diese Beendigung einer Feindschaft. Wenn wir Karfreitag betrachten, das, was dort geschehen ist, das Ereignis, weshalb wir Karfreitag feiern, dieser Tod von Jesus am Kreuz, so wie wir hier bei uns in der Gemeinde so ein großes, auffälliges Kreuz immer stehen haben, dass uns das immer ins Gedächtnis ruft, ja, da kann man einiges ablesen, was da, warum das überhaupt nötig war. Karfreitag war nötig, weil es eine Feindschaft gab, die wirklich Feindschaft auf Leben und Tod war. Also nicht nur irgendwie so ein bisschen Zwist oder Entzweihung, sondern das war wirklich tiefe, tiefe Feindschaft auf Leben und Tod. Sie hat ein Kreuz nötig gemacht. Das war mehr als eine kleine Regelwidrigkeit, dass man sich mal nicht ganz so richtig verhalten hat oder ein bisschen was falsch gemacht hat. Karfreitag zeigt, das, was uns bei anderen so negativ auffällt, das gibt es, also wenn wir jetzt mal ehrlich sind, auch bei uns. Und es hat eine tiefer liegende Ursache. Kleine und große Sünden sind Symptom eines viel gravierenderen Schadens, eines Schadens, der unter allem liegt und der immer wieder durchkommt. Und dieser Schaden, der wird in der Bibel Sünde genannt. Versuchen wir, dieses Grundübel irgendwie zu erfassen, zu umschreiben. Sünde heißt, dass sich das Herz von Gott abgewandt hat. Sünde, das ist Feindschaft gegen Gott, so wird es im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 7 einmal genannt. Sünde leugnet, dass wir Geschöpfe eines Schöpfers sind, der ein Anrecht auf uns und unser Leben hat. Sünde erlaubt Gott nicht, Gott zu sein. Sünde nimmt Gott nicht ernst. Sünde führt zu Eigenmächtigkeit. Ich will meine eigene Macht ausüben und sie nicht die Herrschaft nicht Gott überlassen. Sünde drückt sich aus in Selbstvertrauen, in extremem Selbstvertrauen, ein Selbstvertrauen oder ein Vertrauen in mein Selbst, das Gott ausschließt. Im Grunde führt Sünde dazu, dass wir nicht mehr mit Gott reden. Es ist so ein ganz verstocktes nicht mehr mit Gott reden. Und das geht so lange, bis man nicht mehr ansprechbar ist auf Gott. Und auch Gott einen nicht mehr ansprechen kann. Also ich kann ihn gar nicht mehr hören, nicht mehr wahrnehmen, weil die Sünde das total blockiert. Sünde wird zu einer Macht, ist zu einer Macht geworden. Wir haben eigentlich gar nicht mehr selbst die Möglichkeit, die Richtung zu verändern, die wir eingeschlagen haben. Wir sind wie in einer Lawine unterwegs, den Abhang hinunter und nichts kann das aufhalten. Sünde hält uns gefangen. Sünde bindet und macht unfrei, vollkommen unfrei. Und so übt Sünde eine Herrschaft aus über uns. Es ist immer die Frage, Gott oder Sünde? Ich muss mich entscheiden. Aber es gibt kein Niemandsland. Es gibt immer nur Ja zu Gott oder Ja zu Sünde. Ja zu Gott heißt Nein zu Sünde. Ja zur Sünde heißt Nein zu Gott. Und das Ganze ist Feindschaft gegenüber Gott. Wann immer wir irgendetwas in der Welt wahrnehmen und Skandal schreien, dann hat das hier seine Ursache. In der Sünde, in dem, ja, was uns alle gefangen hält. Und dieses, was da die Ursache für all das Böse in dieser Welt ist, das lebt eben auch in uns, in jedem von uns. Ja, wie siehst du dich selbst? Erkennst du deinen Bedarf an Versöhnung? Vielleicht. Womöglich ist er dir sehr schmerzlich bewusst. Die großen und die kleinen Sünden, die Skandale, die dunklen Ecken der Seele, die Leichen im Keller. Ja, wenn wir ehrlich sind, dann wird jedem von uns klar, ich brauche Versöhnung. Du wirst Versöhnung brauchen und Gott bietet sie an. Das Geschehen vom Karfreitag, das macht ganz blitzartig klar, was unsere Situation ist. So, wie ich es gerade beschrieben habe, in diesen verschiedenen Bildern, so steht es zwischen Gott und uns. Jesus muss sterben wegen unserer Sünde und natürlich ist da Versöhnung nötig. Schauen wir nochmal auf den Text, Vers 19. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Versöhnung kommt von Gott. Das ist nichts, was wir irgendwie erarbeiten müssen oder uns verdienen müssen. Es heißt nicht, Gott versöhnt sich mit der Welt. Das halte ich für ganz wichtig, weil jetzt vielleicht die Welt genug Buße getan hat, weil die Menschen endlich genug Gründe geliefert haben, dass Gott jetzt über die Sünden hinweg sehen kann. Nein, so ist es nicht. nicht Gott wird versöhnt von uns, er versöhnt sich mit uns. Gott ist das Subjekt, der Handelnde. Das ist ganz anders, als ich das am Anfang beschrieben habe, wie wir normalerweise Versöhnung kennen und leben. Nein, es geht von Gott aus. Gott kommt und kehrt unsere Lage völlig um. Er macht Frieden mit uns, ohne dass wir Voraussetzungen dafür liefern. Gott rechnet unsere Verfehlungen nicht mehr an. Das ist total erstaunlich. Bei ihm laufen ja alle Daten zusammen, wenn man so will. Er weiß, was läuft, er weiß, was wir tun, er weiß, was wir anderen Menschen antun, er sieht, was du anderen Menschen angetan hast, aber er rechnet es nicht an. wenn wir uns ja auf Gott einlassen, auf Jesus einlassen, wenn wir das für uns annehmen, dass Jesus für uns zur Sünde gemacht wurde, dann ist es tatsächlich so, dass Gott das für uns nicht mehr anrechnet. Er zählt dann nicht mehr mit. Er gibt dir einen Freibetrag von 100%, sodass da auf deinem Konto im Grunde nichts mehr steht. Das ist das, was geschieht. Dunkle Vergangenheit, die macht unfrei. Eine Schuld führt zur Nächsten und zwingt dazu, wieder schuldig zu werden. Und Gott sagt, nee, Moment, hier drunter ziehe ich jetzt mal einen Schlussstrich. Er kreuzt das alles durch, und er sagt, hier kann es einen Neuanfang geben. Es kann ganz von vorne losgehen, wenn du dich an Jesus hängst, wenn du ihm dein Vertrauen schenkst. Denn Jesus hat das mit ans Kreuz genommen, was dich unfrei macht. Er hat deine Sünde übernommen, ist für dich zur Sünde geworden, um das alles am Kreuz zu beseitigen. Von Luther kann man bei diesem Thema ganz viel lernen. Er schrieb zum Beispiel bei einer Auslegung des Galaterbriefes darüber, dass in der Welt nun eigentlich überhaupt gar keine Sünde mehr ist, weil Christus jetzt der Sünder schlechthin geworden ist und die Sünde in seinem Leib besiegt worden ist. Das heißt, er hat die ganze Sünde der Welt auf sich gezogen und ist dann selbst an ihr zugrunde gegangen. Gott hat ihn zur Sünde gemacht. Ich weiß nicht, ob man das so richtig erfassen kann, was Gott da gemacht hat, aber das war ein Ereignis von ungeheurer Tragweite, von einer Tragweite, die jeden von uns betrifft in unserem Leben. In dem, was am Karfreitag geschehen ist, da steckt eine totale Veränderung der Dinge und das kommt nicht aus uns heraus, aus unserer Anstrengung, sondern es kommt von oben. Gott wirkt es für uns und zu unserem Besten. Nochmal Luther, da schrieb er einen Brief an Georg Spähnlein, darum, mein lieber Bruder, lerne Christus und diesen als Gekreuzigten. Lerne ihm singen und an dir selbst verzweifelnd zu ihm sagen, du Herr Jesus bist meine Gerechtigkeit, ich aber bin deine Sünde. Du hast das meine angenommen und mir das deine gegeben. Du hast angenommen, was du nicht warst und mir gegeben, was ich nicht war. Und das nennt Luther einen seligen Tausch, einen Tausch, der das, was eigentlich mir gebührt, auf Jesus legt und das, was Jesus verdient hat, mir anrechnet. Ein seliger Tausch. Und dieser Tausch ist so wichtig für jeden Menschen, dass er seit Jahrhunderten gepredigt wird. Und er ist so großartig, dass seit Jahrhunderten immer wieder Menschen darauf reagieren. Es ist die Einladung zur Versöhnung und die steht auch heute im Raum. Ich lese noch mal Vers 20. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Die Versöhnung ist bewirkt. Es ist bereits geschehen. Es gibt dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen. Es gibt nur eins. Man kann sie annehmen. Als Geschenk, als Gnade. Erwirkt hat es Jesus für uns, für jeden, der sein Vertrauen auf ihn setzt. Und wo immer von Jesus gepredigt wird, da wird diese Einladung ausgesprochen. Nimm die Versöhnung an, die Gott dir anbietet. Und auch hier heute in dieser Videopredigt lade ich ein. Und es ist eine tolle Einladung. Ich freue mich immer darüber, diese Einladung aussprechen zu dürfen. Und ich werde gleich so einen kleinen Gebetsvorschlag machen. Vielleicht magst du dich da dran hängen und das zu deinem eigenen Gebet machen. Wo unvergebene Schuld ist, da ist Unfreiheit, da ist Feindschaft, Bindung, da ist Egoismus. Es kann dort kein Vertrauen geben. kein unbefangenes Miteinander, keine echte Gemeinschaft und vor allem auch keine echte Liebe. Und wenn das in deinem Leben so ist, wenn du das erlebst, schmerzlich und wenn das anders werden soll, dann brauchst du diesen seligen Tausch, dann brauchst du Umkehr und Vergebung und so wirst du es erleben. echte heilende Versöhnung. Und ich möchte dich einladen, wenn du das für dich tatsächlich annehmen möchtest, wenn du dich so nach Versöhnung sehnst und wenn du diesen Tausch für dich in Anspruch nehmen möchtest, der von Jesus bewirkt wird, dann folgt doch der Einladung, die ich aussprechen darf. folge ihr und bete ein kleines Gebet, in dem du Jesus dein Vertrauen ausdrückst und in dem du diesen Tausch, den er dir anbietet, für dich persönlich annimmst. Ich bete vor, du darfst es nachsprechen, mach es zu deinem Gebet und wirf dich in die Arme von Jesus. Jesus, ich sehne mich nach Versöhnung. Ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und alle meine Sünden. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Amen. Ich kann dir nur gratulieren, wenn du dieses Gebet gesprochen hast. Und wann immer in deinem Leben Dinge auftauchen, wo du merkst, das nimmt mich gefangen, das ist auf der falschen Seite, das gehört eigentlich ans Kreuz geheftet, dann geh wieder hin zu Jesus und gib es ihm ab, tu Buße und kehre um und lass es von Jesus dort am Kreuz zu Tode bringen, damit es dich nicht mehr belastet und du frei sein kannst, versöhnt leben kannst mit Gott und mit den Menschen, denen du vielleicht wehgetan hast. Ihr Lieben, das ist die Einladung, die Einladung von Karfreitag, dass wir Versöhnung wirklich bekommen können, wenn wir mit unserer Sünde, mit unserer Schuld zu Jesus gehen und ich wünsche euch, dass ihr das erlebt, heute an diesem Tag und an jedem Tag, an dem diese Botschaft nachwirkt. Amen.